Herzlich Willkommen zu unserem neuen Blog. Heute möchten wir mal einen Gingring Showbauer vorstellen, den wir auf der Auktion im November bei Ogata gekauft haben. Die Blutlinie ist Momotaro 51 cm bei November. Heute ist er 56 cm. Interessant auch die Entwicklung seitdem er in Deutschland ist. Seine Schwarzentwicklung am Kopf und an der Seite und auch dieser Koi hat ein wahnsinniges Potential. Aber sehen Sie selbst. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn Sie Interesse an diesem Koi haben, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder kommen Sie vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.